Oh, Miss Winge ist hier gewesen. Sie sagte, sie müsse unbedingt mit Ihnen reden. Aha, hat Havis Missfield angedeutet, was er will. Er sagte nur, es sei nicht dringend. Sieh an. Sie sind also wieder da. Danke, Sly, das wäre alles. Ja, Sir. Danke. Ist das nur gutes Timing oder hast du einen Spion auf South Fork? Wo warst du, J.R.? Hat Sly es dir nicht gesagt? Ich musste ganz plötzlich nach Europa fliegen. Ich investiere vielleicht in der Nordsee. Das ist nicht wahr. Ich habe alle Flüge nach Europa überprüfen lassen. Du hattest nicht gebucht. Ich nehme oft einen Privatjet. Wieso interessiert dich so, wo ich war und was ich dort wollte? Ich bin nicht daran interessiert, was du tust. Ich liebe nur keine Überraschungen. Wir stehen kurz vor Abschluss unseres verabredeten Geschäfts und ich will nicht, dass noch etwas schief geht. Ich weiß, dass du das nicht willst. Ich will es auch nicht. Aber ich frage mich immer noch, wieso meine Reise für dich so wichtig ist. Bitte entschuldige. Herr, ich habe zu heftig reagiert. Schließlich hast du das Recht hinzufahren, wohin du willst. Wir haben wohl beide zu heftig reagiert. Aber ich versichere dir, vor meiner nächsten Reise wirst du als Erste informiert. Ich will meinen Partner ja nicht wütend machen. Nein, das solltest du auch nicht. Das wäre sehr unklug. Hast du heute Abend Zeit? Ich hätte Lust, dich zu sehen. Oh, das tut mir leid. Ich habe schon meine Frau zum Essen eingeladen. Oh, dann irgendwann. Adieu. Was verheimlicht mir diese Frau? Finden die Vorschläge deine Zustimmung? Es scheint, an deinem Plan für die Reise fehlt kein einziges Detail. Das hoffe ich. Jack, du hast dir die Unterlagen ja auch schon angesehen. Hast du noch Fragen? Also, ich weiß zwar, was wir auf Martinique tun werden, aber so ganz verstehe ich nicht, wozu wir da eigentlich hinfahren. Für uns ist es von großer Bedeutung, dass die internationale Ölindustrie sieht, wie erfolgreich Marinos mit Ewing Oil zusammenarbeitet. Diese Konferenz scheint mir wie geschaffen dafür, unser Einvernehmen zu demonstrieren. Das klingt eher nach viel Arbeit und nicht gerade nach Vergnügen. Ich bin sicher, wir finden auch Zeit, die Landschaft zu genießen. Wir nehmen sie uns einfach. Mr. Grace und ich wollen eventuell ein paar Tage vorher hinfliegen. Und die Idee gefällt mir von Tag zu Tag besser. Hast du was dagegen, JR? Ja, Jack, du kennst mich. Du weißt, ich bin kein Freund von nur Arbeit und nie Spaß. Aber hier sollte das Vergnügen an zweiter Stelle stehen. Die Reederei Marinos und Ewing Oil wollen dort als Partner auftreten. Wie sieht es aus, wenn wir dort zu unterschiedlichen Zeiten ankommen? Das bringt die Leute nur auf falsche Gedanken. Finden sie nicht auch, Ladies? Oh ja, du hast recht. Guck nicht so enttäuscht, Jack. Wenn die Konferenz zu Ende ist, stehen wir uns ein paar Tage und dann werden wir uns ins Vergnügen stürzen. Jake und JR Ewing werden um 11 Uhr heimlich auf die Yacht gebracht. Die übrigen Gäste sind erst für 11.30 Uhr eingeladen worden. Wir wollen ihnen doch nicht zumuten, zu früh am Morgen nach dem Maskenwahl aufstehen zu müssen. Wie rücksichtsvoll von dir. Hast du die Presse informiert? Mhm. Und alle wichtigen Magazin- und Zeitungsverlage sind eingeladen worden? Ja. Und die Nachrichtenagenturen? Die Regenbogenpresse? Den Reportern wird ein Frühstück serviert, bevor sie an Bord gehen. Das versetzt sie in positive Stimmung. Erstaunlich, wie viele Menschen man durch ein kaltes Buffet beeindrucken kann. Wahrscheinlich sind sie noch beeindruckter durch den Preis, den ihre Fotos erzielen werden. Sag mal, wie viel ist eigentlich ein Foto von Dimitri Marinos zur Zeit wert? Für uns ist sein Wert gar nicht zu schätzen. Was hast du Jack bisher erzählt? Jack hat bisher nichts erfahren. Und er wird erst auf dem Flug nach Martinique informiert werden. Dann weiß ich also noch gar nicht, welch unschätzbaren Dienst er uns leistet. Und wie teuer ihm das zu stehen kommt. Aber ich finde, das war. Aber ich habe große Luftfeord, wenn ich drin muss.